Nun, verschiedenste Geschichten, die darüber sich drehen, wie er eingesperrt worden ist. Es gibt andere Avatare, du sagtest eben selbst Korr. Es gibt einen Avatar von Korr, ein Panther, eine Panther-Dame, die eingesperrt wurde. Ähnlich verhält er sich auch mit dem Tierkönig der Rochen, der allerdings ein Avatar des Effort ist. Auch er wurde eingesperrt von finsteren Mächten vor langer Zeit, weshalb er nicht mehr gesehen würde. Nur noch die alten Texte, die von ihm berichten. Also ist er nicht nur ein Diener, sondern Erscheinungsform des Gottes selbst? So sehe ich es zumindest. Eine in einen Körper gebannte Essenz eines Gottes. Wisst ihr, wo er gefangen gehalten wird? Tja. Ein Kerker, der für ein Rochen entwickelt wurde, wird sich höchstwahrscheinlich in einem Meer befinden. Es gab vor kurzem die Gerüchte der Myrano-Expedition, die wohl bei der ersten Überfahrt vor sieben oder acht Jahren, dort haben sie einen großen Käfig im Wassertreiben sehen, allerdings konnten sie nicht öffnen und sie wussten nicht, was darin ist. Ob es sich dabei um den Käfig von Vautor handelt, das weiß ich nicht. Vautor, also ist sein Name. Vautor, ja. Ich werde mir diesen Namen merken. Aber nun sagt, es ist so, ich und meine Gefährten sind ausgezogen, um die blutige See zu bekämpfen. Und nun, da wir Geschichten über diesen Tierkönig gehört haben, da dachten wir uns, ob er vielleicht helfen könnte, gegen die blutige See anzugehen? Sicher. Ja, er mag streitbar sein, cholerisch, denen berichten nach. Vielleicht verwechselt ihn man deswegen mit einem Krieger oder Tier des Korps. Hm, aber Effort ist ebenso launisch, cholerisch. Wie wahr? Selbstverständlich würde er sich diesem Kampf anschließen. Man müsste ihn nur finden und eine Möglichkeit, den Käfig zu öffnen. Nun, gefunden hat ihn ja offensichtlich schon jemand. Aber wie er zu befreien ist, da könnt ihr ihm ja auch nicht raten, oder? Tja, ich müsste mir den Kerker einmal betrachten. Aber sicherlich kann man mit einem Effort heiligen Gebet diesen Kerker bestimmt öffnen. Es gibt nichts, was sein Gebet an Effort nicht regeln kann. Nun, dann habt vielen Dank für euren Rat. Das war sehr viel mehr, als ich mir erhofft hatte. Und, ähm, Sulamin, äh, entkramt noch ein paar Münzen heraus. Soll ich sie in das Wasserbecken werfen? Sie nickt. Entweder hier, in den verschiedenen Salz- oder Süßwasserbecken, oder aber draußen. Bei der, äh, Statue. Such es dir aus. Ich würde auf jeden Fall noch einmal am Strand spazieren gehen. Dieser schwarze Sand ist faszinierend. Schneidet euch nicht durch die Füße. Danke für die Warnung. Rajan und euch. Nun, Effort und, äh, seine Avatare mit euch. Und Raya. Nun, für seinen Schutz sind wir mehr als dankbar bei dem, was wir vorhaben. Ähm, und Sulamin geht, äh, zu einem der Becken, ähm, kniet sich hin und, äh, lässt, äh, so ganz gemächlich eine Münze nach dem anderen, ähm, ins Wasser fallen. Ähm, jeder begleitet, ähm, von einer kurzen Bitte und einem Dank. Immer schön im Abwechslung. Eck Porai. Anexar Hefado. Derweil nebenan, das Geschrei wird immer lauter. Jalen diskutiert gerade, ähm, über die verschiedenen, äh, Hingebungsformen und wie laut man in einem Tempel dann wirklich schreien darf. Und ob sich das von den Göttern aus, ähm, ähm, ja, wenn, wenn alle um Bohren herum so leise sind, ob man dann umso lauter schreien darf, ähm, die, äh, Götter, äh, Diskussionen werden da gerade, äh, relativ ausgiebig gefeiert. Äh, was möchtest du wissen über Klatsch, über Tratsch? Möchtest du irgendwas Neues in die Welt setzen? Die Ziele in die Welt setzen derzeit nicht. Ähm, einfach nur generell die Stimmung in der Stadt, auch vielleicht natürlich, ja, durch die Linse der Maraskana auch einfach was aktuell ist. Einfach nur ein grobes Bild der Situation erhalten. Ja, ähm, die Stimmung ist angespannt. Und zwar mehr angespannt als sonst. Die Farnas begehren auf gegen den Silberberg. Ähm, das war zwar irgendwie immer schon so, aber seit geraumer Zeit ist das, ähm, mit den Hass-Tiraden von irgendwoher noch schlimmer geworden. Man weiß nicht so wirklich genau, wer das macht. Es gibt die Gerüchte, dass es wohl die Granden oder eine Grandenfamilie ist, ähm, die das wohl im Besonderen macht und zwar gegen alle anderen Granden. Ähm, vor allem gegen den Silberberg. Man möchte die, äh, Machtstruktur kippen. Ähm, es gibt noch andere Gerüchte von dem Schlund, der besonders grausam geworden ist. Es gibt natürlich auch Berichte, äh, draußen von den Dschungeln. Ähm, die Maraskana lachen zwar den meridianischen Dschungeln immer ein bisschen aus und nehmen den nicht für ganz ernst, aber äh, sterben halt ständig Sklaven und irgendwelche Wildnisskundigen, die da draußen, weil die Waldmenschen wohl diese, diese aggressive Stimmung wittern. Ähm, da schwappt so ein bisschen über, sagt man. Und, äh, dass, dass viele Expeditionen zur Zeit scheitern, ähm, und gar nicht so sehr weit kommen. Die Handelsplätze, die da draußen in den Dschungeln sind, wo dann auch Sklaven gekauft werden können oder wo man mit den Waldmenschen handeln kann, sind teilweise auch ein bisschen geschlossen worden. Also, die Stimmung ist sehr aggressiv. Und, äh, von draußen, vom Meer drückt dann zusätzlich nochmal die Piraterie. Ähm, also wenn man dann mit seinen Handelsschiffen Al-Anfa verlässt, dann gerade um Karubso und Söller, ähm, wird wohl viel Piraterie betrieben. Das ist zwar schon immer so der Fall gewesen, aber das wird halt noch schlimmer. Also, ihr sitzt, ihr sitzt auf einem Pulverfass. Alles sehr interessante Informationen. Ja, und dann verbreite ich natürlich noch gerade die Story von Kottners an und seiner. Gott, wie hieß sein Schiff? Äh, Tiger von Maraskan? Seetiger? Ja, Tiger von Maraskan. Eigentlich würden sie ein 3, aber... Was man halt so tut, wenn man in die Stadt kommt. Wir sind vermutlich die Ersten, die die Story verbreiten, denn wir sind ja größtenteils auf direkten Weg hergekommen. Ja, genau. Also, Godnassan, der größte, der großartigste Pirat, äh, in den sieben Weltmeeren, äh, der natürlich, äh, Maraskan wieder, wieder zurückholen kann von, von, von den Garetias und den Fremdijis und den Hafayas, ähm, also wenn es jemand schafft, dann Kottners Hahn. Der hat mir eben die Geschichte erzählt. Das war genauso, harte, taue, äh, detailliert beschrieben, als ob ich dabei wäre. Hat er sie dir auch schon erzählt? Immer wieder eine Erzählung wert. Und er sprach von Chaiwins Thron. Bruder, Schwester, Chaiwins ist wieder da. In der Tat. Wollen wir uns für Aviander? Sie beschreitet den Kreis. Die Welt ist schön, Bruder, Schwester. Die Welt ist schön. Ja, dann blickt sich dann, blickt sich dann ein wenig um, kommt dann aus dem, aus der ersten Malgemann, äh, erzähl raus, wieder raus. Na gut, Bruder, Schwester, die Pflicht ruft. Mach deinen für mich mit auf. Komm, komm rein, wir haben noch einen Schluck, äh, Offenbarung der Zwillinge für dich. Und so beginnt der lange und mühselige Prozess sich auf der Sache zu lösen. Ja. Also es geht immer zwei Schritt Richtung Ausgang, dann bleibt man kurz stehen, wird zu irgendeiner Unterhaltung aufgefordert, dann wieder zwei Schritt Richtung Ausgang und nach einer halben Stunde ist man draußen. Gut, Boltax und Abelmir, ihr wolltet dann wieder zurück oder habt ihr noch irgendwas anderes auf dem Weg vor? Nö, der hat uns ja zu den Sterndeutern geschickt und da würden wir dann auch vorbei, oder? Ja, wenn ihr schon mal hier seid. Oh, ähm, wo ist denn diese, diese Fakultät von diesen... Ah, ich denke hinten dieser Turm müsste das sein. Oh, das macht natürlich Sinn. Sie wollen ja die Sterne sicherlich möglichst klar sehen. Ach, und dort drüben das Gebäude ist übrigens die Navigatoren-Schule. Ah. Ah, ich sehe es, das mit dem Anker, oder? Ja, das drüben, genau. Und das dort drüben ist die Philosophenschule. Eine sehr bekannte Philosophenschule. Aha. Nun, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie uns Philosophen helfen können, aber, naja, wenn ihr euch dafür begeistern könnt, ist das doch eine schöne Sache. Nun ja, Wahrheit steckt in den kleinsten Tropfen der Welt und man muss sie Wahrheit erkennen. Ja, Steine sind der kleinste Tropfen der Welt. Nein, die Erkenntnis ist der kleinste Tropfen der Welt. Ich glaube, da kommen wir nicht überein. In der Tat. Ihr müsst die Perspektive bedenken. Ja, draußen am Eingang zur Fakultät könnt ihr noch den Stundenplan erkennen. Arithmetik im Wandel der Zeit, Zinsrechnung für Handelsherren, Geometrie, die Formeln der Ästhetik oder Wandel des Sternenlaufs in jüngster Vergangenheit, höherer Maschinenbau oder die Rätsel von Wurf und Schuss. Ein interessantes Programm. Ja, es ist ein bisschen einseitig. Wo sind die Pilze? Wo sind die Steine? Wo sind die Kriegstaktiken? Ich glaube, diese Fakultät der Mathematik beinhaltet nicht die Flora und Fauna deres. Und welche Fakultät beinhaltet das? Ich bin mir nicht sicher. Ich vermute gar keine. Doch, ich glaube, es gab eine Fakultät für Naturkundliche Expedition. Aber das scheint mir eine vernünftige Fakultät zu sein. Nun ja, die meisten sind ausräusig, insoweit ich weiß. Ja, immerhin eine Fakultät. Aber wir sollten uns jetzt schleunigst beeilen. Oh, guckt mal, da sitzen zwei Eleven und es sieht sehr lecker aus, was die da trinken. Ah, ist doch Sabel, Mia. Nun, ich vermute, es ist ein Sylarac. Ah, dürfen die das? Rom, na, ich vermute nicht, aber... Ich sehe noch sehr jung aus. Nun ja, es ist eine Anfrage. Und was es auch wieder war. Hey, na ihr? Woher kommt ihr denn her? Was macht ihr hier? Habt ihr nichts zu tun? Äh, nee, wir haben Schluss. Wir sitzen hier auf dem Felsen, auf der Bank und schauen uns von hier aus den Rest der Stadt an. Äh, junger Mann, wie alt sind sie denn? Äh, 18. Aha. Aber mehr sieht mir nicht aus wie 18. Nun ja, in dieser Stadt, äh, nun ja. Die Umstände hier ist schon... Sie neigen mehr zu feiern, anstatt zu lernen. Naja, wir sind Philosophen. Sag mal, man muss das Leben genießen. Du Philosophen sind für nichts Nutze. Ich habe es dir gesagt. Wären sie Geologen, dann würden sie so etwas nicht machen. Nun, das würde ich zu nichts sagen, aber, äh, hier auf der Bank herumzusitzen und, äh, und sich die Stadt anzugucken, ist sicherlich nicht hilfreich. Äh, wie gesagt, wir hatten, wir hatten vorhin unser Kolloquium, jetzt sind wir durch und jetzt genießen wir das Leben. Äh, äh, war aber klar, dass ihr zur mathematischen Fakultät wollt. Äh, eigentlich, eigentlich wollen wir zur Sterndeuter Fakultät. Das ist ja noch schlimmer. Das ist fantastisch. Wir kriegen ein, ähm, ein Hologramm, wie hieß das nochmal? Ähm, ach, Abel, es liegt mir auf der Zunge. Äh, dann sollte ich es ja runterschlucken. Was? Egal. Äh, äh, dorthin geht es lang? Eine Weissagung kriegen wir. So nämlich. Wie gesagt, er sollte es runterschlucken. Wir kennen uns hier nicht aus, wir sitzen nur auf der Bank, weil die hier gemütlich ist. Wir sind keine Mathematiker. Ja, das sehe ich. Nun, Voltax, von diesem Leben werden wir nicht lernen können. Natürlich werden wir nichts von Ihnen lernen können. Schau sich dir doch an, das sind Philosophen. Nun, ja, es sind Leben. Wenn ihr in den Komplex im Südwesten eintretet, in die Fakultät der Algebra, dann könnt ihr dort im Inneren erkennen, ein großes Schiff, was aufgebaut worden ist. Eine allanfanische Galere. Ihr könnt daran verschiedenste, ähm, ja, Zettel erkennen, die da wohl groß angebracht worden sind. Zum Beispiel seht ihr dann irgendwie eine Kette, die von einem Punkt zum anderen herunterhängt, die dann beschriftet ist mit der Hyperbolicus-Funktion. Ähm, irgendwie eine Kanone, beziehungsweise eine große Rotze, die da angebracht ist. Ähm, und da hat man wohl verschiedene Stöcker reingesteckt, die dann die Schussbahn berechnen. Ähm, irgendwelche Winkel, die man da ablesen kann, ähm, wie man Masten irgendwie aufstellt oder legt. Und, äh, alles das irgendwie beschriftet und teilweise dann auch für den Seegkrieg, äh, eben dann mit experimentellen Berechnungen von Selvengeschützen. Aber mir, das müsste euch doch gefallen. Interessant, ja. An euch vorbeiläuft eine Hesindegewalt mit einem Winkelmaß. Aber ich glaube, in dieser Frommstück ein Fehler. Ein Fehler? Ja, ihr seht diese Zahlen hier, die können nicht stimmen. Hm. Hm, ja. Ihr seht den Fehler? Ja, natürlich sehe ich den Fehler. Ein Fehler? Moment, wo? Äh, hier. An dieser Stelle? Würfel mal aufrechnen. Ich hab aufrechnen gewürfelt, ich hab drei über. Aber mir. Sie hat 18, 18, 18. Wow. Ähm, die Hesindegewalt, betrachtet euch, äh, zieht eine Augenbraue hoch und zieht dann sogar noch eine zweite Augenbraue hoch. Ihr seid keine Mathematiker, stimmt's? Ich bin Mechanikus. Ich bin Sperk. Ich bin Mechanikus aus dem Horasreich. Na gut, dann erklärt sich alles. Was soll das denn wieder heißen? Es seht ihr, aber mir, sie hat euch erkannt, dass ihr aus dem Horasreich seid. Euer Ruf spricht für euch. Dies ist eine Kettenfunktion. Ganz klar zu erkennen. Nun, ein exponentieller Term. Ähm, was bedeutet exponentiell? Ansteigend. Ah. Mit einem exponentiellen arithmetischen Mittel. Ah, ich verstehe, äh, ihr kommt auch aus dem Horasreich. Äh, nein, ich bin ein Zwerg. Nun, wenn ihr euch einschreiben wollt, äh, gerne. Äh, nach drei Jahren solltet ihr vielleicht euren Mino erwerben. Äh, nein, wir suchen die, äh, Sternkrieg, äh, Sternenfakultät. Nein, nicht die Sternenkriegsfakultät, äh, so etwas wäre ja absurd. Wer führt schon mit den Sternenkrieg? Nein, ich dachte, die, äh, Fakultät, äh, für Sternkundbetrachtung. Nun, was wollt ihr denn von denen? Äh, ein Horoskop. Ein Horoskop? Ja, ja. Also gut, dann, äh, kommt mal mit. Ich bring euch nach oben zum Turm. Oh, verbindlichsten Dank, Frau. Ihr sind die Jahre. Frau, ihr sind die Jahre. Ich bin Bolltags und das ist Abelmir, äh, große Helden des Mittelreichs. Hm. Habt ihr von ihm schafft? Heldenhaft ist der, der heldenhafte Dinge tut und nicht davon spricht. Das ist richtig. Habt ihr von dem schwarzen Drachen gehört, den ich getötet habe? Oh. Drachen sind nicht meine Expertise. Ich, äh, nun, meine Heldentat bestand darin, dass ich, äh, die Winkelmaß, Züge für den allanfanschen Gradienten bestimmt habe. Oh, das klingt höchst interessant. Wisst ihr, es gibt einen berühmten Zwerg, der hat damals die Armbrust erfunden. Der hat auch solche Dinge gemacht. Oh nein, nicht so wie die Armbrust. Was denn, Abelmir? Es ist eine fantastische Geschichte voller ruhmreicher Taten von Zwergen. Ja, wenn man, äh, zur Bett geht, wird es im Schluss eine fantastische Geschichte. Was meint ihr denn jetzt damit? Nun ja, sie ist etwas ausüfernd. Nun, sie ist eben komplex. Ich weiß, für einen horasischen Verstand nicht so leicht zu erfassen. Und dabei knuffe ich die, ähm, die Sündegeweite so ein bisschen an. Ja, die hat den, die hat den Witz nicht verstanden, sondern nickt einfach nur. Ja, richtig. Wow. Ach. Nun gut. Ja, geht dann verschiedene Treppen nach oben. Und das steht dann in einem Astrolabium. Ein großer, runder Raum. Ähm, der gekrönt ist von einer zu öffnenden, zu öffnendes Dach. Zur Zeit ist es geschlossen. Und ihr könnt dann verschiedene Apparaturen sehen und ein, hm, ein großer Kegel, der sich dann nach oben schiebt, beziehungsweise der sich vom Dach aus nach unten schiebt und dann immer spitzer zuläuft und verschiedene Linsenkomplexe, die dann dort angebracht sind. Verschiedene andere, nicht unbedingt Geweite, aber, äh, vor allem sind sie alle so in graue Röcke gekleidet. Ihr würdet sagen fünf, sechs Leute, die jetzt hier irgendwie vor irgendwelchen Tafeln stehen, irgendwie herumkritzeln. Und, ähm, ja, Mathematik betreiben. Höhre Mathematik. Interessant. Ah, das sieht wirklich interessant aus. Naja. Nun, an wen muss man sich gewinnen für ein, äh, Horoskop? Äh, nun, äh, Horoskope geht dort drüben zu, ähm, Dillabeneuer. Äh, vielen Dank, vielen Dank. Ja, dann würde ich auf die, oder den Gewiesenen reden. Äh, einen wunderschönen guten Tag. Äh, dürfte ich euch kurz stören bei eurer höchst interessanten Tätigkeit? Ja, 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 kommt ran, kommt ran. Äh, ja, was kann ich für euch tun? Nun, äh, ihr als einem horoskopfähigen Menschen, äh, werdet sicherlich wissen, warum ich hier bin. Ich möchte ein Horoskop. Oh, ho, 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 das wusste ich bestimmt. Ich kann euch auch aus der Hand lesen, wenn ihr mögt. Oh, aus meiner Hand? Ja. Die Hand ist ein auf der Stelle verfügbares und sehr individuelles Mittel zur Zukunftsdeutung. Oh, das, das ist ja, ist ja fantastisch. Aber mir erinnert sich der Kerl an irgendjemanden, hm? Hm, nein. Wir hatten doch so ein, sage nur, ein gewisses Pendel. Oh, ihr habt eine lange Lebenslinie. Oh, nein. Seht an, hier, nicht durchbrochen. Sie ist vollständig, sehr schwer. Ja, wirklich, wirklich. Sag mal eure her, mein Herr. Los, Abelmir, schauen Sie dir an, dass Sie die anschauen. Oh, 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 dreimal durchbrochen. Dreimal durchbrochen. Und sie kreuzt sich. Was? Was kreuzt sich? Seht hier, er fährt dann mal mit seinem Zeigefinger an der Lebenslinie, hat er zumindest gesagt. Du kannst sehen, wie sie wohl sowas wie einen Kreis beschreibt, auf verschiedenen Stellen wieder in sich zurückläuft, teilweise unterbrochen ist auch. Also, wenn es dir jetzt zeigt, dann siehst du es, aber vielleicht, vielleicht ist es auch nur Scharlatanerie, aber, ja, groß, ihr habt viel erlebt, mein Herr, und werdet noch viel erleben. Äh, ja, und das sieht man in meiner Hand, ach, das ist ja Quatsch, ich ziehe meinen Handweg. Ja, ihr seid einmal in trockenem Land. Nun, äh, aber wir wollen eigentlich ein Horoskop aus den Sternen haben. Ähm, geht das auch? Ach, ja, aber ich würde euch empfehlen, der Vogelruf oder eine Windböe sind viel präziser als die Sterne. Äh, ich kann eine Windböe entfesseln oder einen Vogel rufen. Nein, 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 man muss auf die natürlichen Dinge achten. Wir stellen uns einfach eines Morgens nach draußen und achten dann auf das Vogelzwitsche. Das ist viel genauer als die Sterne, aber wenn ihr mögt, das Sterne geht natürlich auch. Ja, das ist doch nicht besonders wissenschaftlich, oder? Die Sterne, nein, nein, jeder Bauersbursche vermag in die Sterne zu blicken, deswegen. Nein. Es gibt diese landläufigen Wahrsager, das ist ja Hokuspokus. Scharlatanerie, damit habe ich nichts zu tun. Ich dachte ja, ja, neuer Vogeldeutung oder? Nein, Vogeldeutung, da, ich bin Ornithologe, das ist sehr genau. Oh, oh, ich habe dieses Erstexemplar von Brems Tierleben, das ist sehr interessant. Das besitzt ihr süßt, das ist unglaublich wertvoll. Habe ich geschenkt bekommen von einem sehr, sehr netten, per reine Geweihten, als wir die unbesiegbare Religion von Jakmonit besiegt haben. Ev hat den Ilzu? Ja, ja, ein schöner Ort. Ja, ja, dann, äh, ja, äh, ja. Ja, ja, ähm, aber genug von Ilzu, ähm, wir wollen ja, wie gesagt, ein, äh, Horoskop haben, denn es geht um... Gebt mir nochmal eure Hand. Ja, bitte schön. Da, seht's, da, da ist es auf der Lebenslinie, da, das war, als ihr die Legion von Jakmonit besiegt habt. Man kann es hier noch mal sehen. Ja, aber mir, er sieht es, es ist, es ist kein Scharlatan, das heißt. Hier ist das, hier ist das Wunder, hier kann man ganz genau das Wunder sehen. Seht ihr diese göttliche Linie, sie kreuzt sich. Ja, ja, ein sehr fähiger Mann. Er war da, ihr wart in Ilzu und Mendena. Ja, wir haben es gerade erzählt, dass wir dort waren. Aber wir haben nicht von Mendena erzählt. Ah, ah? Es ist gleich dem an. Na gut, das ist richtig, aber, Abel, mir, der, äh, der Dekan, äh, nein, 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 nicht der Dekan, die Spektabilität hat uns auch extra hierher verwiesen. Deshalb denke ich, dass das ein sehr kompetenter Mann ist, ja? Was, ihr habt mit Dragan Willmann gesprochen, er hat mich erwähnt? Äh, ja, natürlich. Was? Nein. Und der Dekan Mechanicus von der Algebra Fakultät. Etlich nimmt er mich wahr. Ach, äh, das war bestimmt wegen dieser, wegen dieser Indra, äh, ich hab mich mittlerweile von dem Indra auch abgewendet. Völliger Humbug. Und diese Glaskugeln. Abel, mir, jetzt lasst ihm doch seinen Glauben, alles. Ähm, lieber, äh, Freund, äh, wir suchen, wie gesagt, eine Prophezeiung zu, ähm, einem sehr heiklen Thema. Ja, nur raus, ich kann euch alles, äh, aus den Händen oder, äh, auch den Sternen ablesen. Ähm, nun gut, es geht um die Magiagrafen von Edas. Mal davon gehört? Nein. Dann, umso besser. Dann könnt ihr jetzt ein Horoskop für uns erstellen, zu genau diesem Thema. Was haltet ihr von einem T-Satz? Das wird ja immer schlimmer. Ich hätte gerne einen Tee. Ich habe Durst. Ihr könnt wirklich auch in die Gedanken sehen, ja? Aber er geht, er geht zu einem kleinen Tischchen, an einer Kommode, wo dann auch Tee steht, äh, stampft ein paar Teeblätter mit einem Mörser und Pistil, äh, zerreibt ihr dann so ein bisschen, gießt dann so ein ganz kleinen Schluck Tee rein. Ähm, ähm, Voltag freut sich schon auf den, den heißgebrühten Tee und dann kippt er den Tee aber wieder aus, stülpt die Tasse auf so eine Untertasse und guckt an den Tee Satz rein. Oh, ich sehe den Grimm, den Grimm, großes Ungemach. Der Magiagraf von E, das ist ein böser Mensch. Äh, richtig, hat ja auch mit Barbara zu tun, glaub ich mir. Seht ihr? Keine Scharlatannerie. Das haben wir euch auch nie unterstellt. Seht ihr, da kann man es im Tee Satz sogar sehen. Da, Barbara. Brat, das sind die zelemitischen Runen. So, so. Äh, ich weiß nicht, was zelemitisch ist, aber ich glaube euch. Aber mir, wirf ihn mal auf Zayat. Bekunde. Schriftformulier, oder? Ja, Schrift. Ja, Schriftformulier, oder? Wirf하면 dich einfach wiederfahren. Vielen Dank.